Ausgezeichnet! Ihr seid uns eine echte Hilfe. Ohne Echo kann sich der Baron nicht lange halten und dann liegt die Zukunft der Stadt in unseren Händen. Und noch ein Rückschlag für den Baron, meine Freunde. Das Blatt wird sich bald wenden. Ich bin wirklich stolz auf dich, Jack, und auf dich auch, Dexter. Ihr habt den Baron ordentlich als ausgewischt. Vielleicht gewinnen wir diesen Krieg ja doch.